Sehr geile Karte Ich bin ein Fan Was mache ich denn hier? Zul, Li Ming ist auch ok Ich glaube ich mache das dann erstmal auch so wie der Typ gerade Ich gehe einfach davon aus, dass auf diesem neuen Niveau keiner Falls das spielen kann, selbst wenn er geprepickt wurde von meinem eigenen Team Li Ming hätte ich gern gehabt Showtime Keltas? Keltas? Hm Passt du mit CTC Normalerweise würde ich sagen ja, aber auf der Map Da muss man auch viel Solo da stehen Ich weiß es nicht Doppeltank Ja ok, komm Das ist ein Video Ich kreаю Du hast jetzt noch einen T-T-T-T-T-T Auf meine Seite Du bist ja auch noch einen T-T-T-T-T-T Das ist eine Freude Zahm Zahm Du bist doch nicht Du bist du bist Du bist doch nicht Du bist doch nicht Hä, der ist doch mit dem in einem Team Ich weiß nicht Du hast ja dem Instagra schon gebannt Aber Ah, deswegen wahrscheinlich das O Aber ich meine, die müssen ja in einem Team sein, weil ein anderer Typ band Ja, vielleicht sind die in ihrem Team Das könnte ich sein You never know Thomas, Viking Hallo Kreuzzüge Boah, die haben viel Blind, ne Aurel Blind, Joanna Blind Ich weiß nicht, Tyrande, echt? Boah Ah, komm Wenn er Tyrande nimmt, zwingt er mich dazu, die Hero Ulti zu nehmen So diene ich Na super Da würde ich an deiner Stelle das Schild skillen Auf 1 Du wirst lachen, habe ich noch nie geskillt Das ist halt im Rework Willst du auch Kügelchen sammeln oder sowas? Jo Lass einfach mit mir mit Ich bin ja der Tank Ich sammle das Kügelchen ein Krass Weil sonst Sonst wirst du mit dem Serratul, glaube ich Probleme haben Freude haben, Freude haben, ja Aber die haben nichts, um den Moshpit zu rubben, ne? Nur höchstens leeren Gefängnis oder sowas Johanna Ah gut, stimmt, Johanna Und die Mediv-Ulti Wenn er die Skill, ja, okay Ne, stimmt, beide, ja Ach, und Aurier, ne? Mit wegstoßen Ja, da kommst du aber, ne, ja, ne Das würde ich jetzt nicht wirklich zählen Da kommst du ja nicht ran Und Liming natürlich mit der Ulti Wenn du in die Range gehst Mit die Mediv-Skill Mana süchtig Mit die Mediv-Ulti Man stellt meine Entschlossenheit auf die Probe Kriegst du dann auf 1 das Schild Und natürlich Ey, was war der Typ eigentlich von dem? Ich hab überhaupt nie aufgepasst Ich auch nicht Auf jeden Fall Gegen Mediv und Seratul Werden wir ja wohl gewinnen Ich hab heute auch einen guten Mediv Ah, gut, der Mediv kann immer alles scouten Dann komm mal zu mir Geschützt unseren Verbündeten Um jeden Preis Außer Oh, der Dings ist hier, ne? Seratul Ja, wir haben schon eine komplette Lane in XP verloren Warum? Weil keiner top war Wir sind gegen die Towers Warum? Ja, die waren zu dritt in der Mitte Die dumm Hier Hätte ihn doch gerne abgeholt, ich geh mal top ne, einer Bot reicht oder? Bleiben wir da zu zweit. Sie hat von uns zu, dass du dein Kübelchen kriegst Du törst dich, ich versuch's ja euer Endernaht, Totenfelber. Boah, wir kriegen unten nicht und die kriegen oben nicht unsere Guys. Jetzt, ich hab's weg hier hoch. Wir haben's oben auch noch nicht. Achtung, nicht so offensichtlich. Boah, hat der hier ausgeblinkt. Alter, was geht? Keine Ahnung, ich war schon hin oder zurück. Ich mach da mal mit, ne? Johanna kommt nach unten und eventuell der Zeratul. Okay. Fuck. Oh. Nice! Ich glaub das nicht so gut, wenn ich alleine gehe. Okay. 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 Ich hab's irgendwie geahnt. Der Zeratul ist nämlich nach oben gelaufen. Ich hab noch vor Gefahr gewarnt, aber... Und da, der... Und. Probier es mal. Ne, besser Tyrande, die ist ziemlich low. Loll, ich glaub, die ist äh, mein Gift, oder was? Ja, aber mich hat Serratul hier abgeholt, oh mein Gott, der kommt jetzt runter, naja. Puh. Ach, war sogar nicht nur die lebende Bombe, auch das Lunara-Gift, ich glaub, sie hat den Death Pearl gekriegt. Es soll geschehen. Naja. Ey, was geht ab? Was ist los? Ja. ETC da, Tyrande da, tja. Overextend, genau. Ich stand direkt vor dem Tor hier, es gab kein Heal, es gab kein Stunt von ETC, nix. Joana zieht mich ran, mit dem, mit dem Ranziehen. Sehr gut. Tja, und Serratul, blink, tot. Alter, warum sterben alle so oft? Tja. Die Gichner hat ziemlich gut zusammenspielen, zu viert da die ganze Zeit. Der Serratul Overextended Deluxe, ach geil, einziger Healer geht aufs Sternenregen, GG. Oh, toll. Oh, nice. Oh, nice. Oh, da, una. Boah. Oh. Oh Geht zurück. Krass, wir spielen ohne Support. Wow. Ja, das ist gut. Egal. Ja, aber wir können alle, die wir von uns in nervene, auswählen. Oh, das ist eh. Da war D-Dist. Ne, dieser war D-Dist. wahrscheinlich weil er sich gedacht hat zum tempel rappten oder so ist ja auch nicht verkehrt aber so nicht als einzige ja eben vorsicht ne eingefroren gleich tot vermutlich unfassbar vielleicht kriegen wir jetzt mal beide wieder ok was nicht so ganz ganz lang hast du gekriegt ja ne naja achten der achten nein shit wieviel fehlen denn noch keine ahnung oder genug 7 das hardcamp sag ich schon ich bin auch völlig banane unser camp hier machen ja müssen aufpassen die haben zerretour ich kann hier überall im bush stehen ja das ist jetzt ein bisschen greedy ne gute alte face check ne kräftiges wofür wie die nur weggekommen sind kann ich mal 1 1 2 halben kann ich mal einen ein spell rauskriegen bevor er τον scheiße auf mir ist die gehen alle irgendwo hin weg die altäre nicht in die hände des rabenfürsten teil ich hab unseren also wie konnte er denn überleben schild hab ich nicht nein ich mein der fokus 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 wasser ins spiel ich kann nichts machen jedes mal wenn ich ein spell machen will krieg ich irgendeine scheiße ab komm nicht an die ran unfassbar so jetzt habe ich es muss ich dran denken ich muss hier runter kommen ich bin nur im verhurtem rapt alter ist nicht zu glauben tab die sind alle oben das hat ja nur eine sekunde gefehlt und du hast es gehabt ne das ist nicht zu glauben man das ist schon wieder verloren so 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 Boah, das ist fürchterlich. Na gut, dann komm ich auch. Boah, das ist fürchterlich. 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 Boah, das war ein schlechtes Spiel. 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 Boah, das war ein schlechtes Spiel.